Krankengeschichten von Franz Der rote Tiroler Putz Die größte Gemeinheit und Ungerechtigkeit waren aber die roten Juckpusteln. Die bekam der Franz, wenn er Tomaten, Eier oder Erdbeeren aß. Das ist eine Allergie, erklärte die Mama dem Franz. Das ist nicht weiter schlimm. Du darfst halt keine Erdbeeren und Eier und Tomaten essen. Tomaten mochte der Franz ohnehin nicht, auf Eier konnte er auch leicht verzichten, aber Erdbeeren liebte der Franz über alles. Das Wasser lief ihm im Mund zusammen, wenn er bloß eine sah und wenn er Erdbeerduft in die Nase bekam, dann spürte er eine schreckliche Erdbeergier im Magen. Einmal war der Franz beim Xandi zu einer Gartenparty eingeladen und es war gerade Erdbeerzeit. Die Mama vom Xandi hatte unter den Apfelbäumen ein riesiges Buffet hergerichtet. Auf einem langen Tisch standen große Platten. Da gab es Erdbeertorte und Erdbeerkuchen, Erdbeereis und Erdbeermilch, Erdbeerquarkcreme und Erdbeerstrudel, Erdbeersaft und Erdbeeren in Schokolade getunkt. Alles mit Erdbeeren? fragte der Franz ganz unglücklich. Natürlich, sagte der Xandi, das ist ja auch ein Erdbeerfest. Zuerst rührte der Franz keinen Bissen an und trank keinen einzigen Schluck. Aber er hatte kein Mittagessen im Magen, weil die Leidenfrost Mohnnudeln gekocht hatte. Die mochte der Franz nicht. Und da hatte er sich gedacht, ich lass die Igittigittmampe stehen und schlag mir dann auf der Gartenparty den Bauch voll. Immer hungriger wurde der Franz und die Gier nach Erdbeeren wurde auch immer größer in ihm. Und alle Kinder um ihn herum stopften sich unentwegt Erdbeeren in den Mund. Da hielt es der Franz nicht mehr aus. Ein kleines Erdbeertörtchen aß er und ein winziges Gläschen Erdbeersaft trank er. Und dann dachte er, also wenn schon, dann den schon. Juckpusteln kriege ich sowieso, also kommt es nun auch nicht mehr darauf an. Der Franz aß noch zwei Stück Erdbeertorte und ein Schüsselchen Erdbeercreme und zwei Becher Erdbeereis. Und er trank vier große Becher Erdbeerlimonade. Ein regelrechtes Erdbeerfestessen veranstaltete er. Mit einem dicken, harten Kugelbauch kam der Franz am Abend nach Hause. Und speiübel war ihm. Was hat denn mein Franz? fragte der Papa. Der Franz konnte ihm keine Antwort geben. Blitzschnell verschwand er im Klo. Die halbe Kloschüssel kotzte der Franz voll. Und dabei jammerte er ganz erbärmlich. Die Mama kam, um den Franz beizustehen. Der Franz zog schnell die Klospülung, aber da hatte die Mama schon gesehen, dass es in der Kloschüssel total erdbeerrosa war, mit roten Erdbeerstückchen drinnen. Und sie wusste, was der Franz gegessen hatte. Ach, Franz, seufzte sie. So was von Unvernunft. Und dazu auch noch so viel. Am nächsten Morgen war dem Franz nicht mehr übel. Aber er hatte so viele rote Pusteln auf dem Leib, dass von seiner normalen weißen Haut kaum mehr etwas zu sehen war. Krebsrot war er. Und ganz rau. Seine Haut fühlte sich wie der Tiroler Putz auf dem Haus von der Tante Trude an. Und das Ärgste war, vom Scheitel bis zu den kleinen Zehen juckte der verflixte Tiroler Putz zum Irrewerden. Der Franz ging unter die Dusche. Da ließ das Jucken nach. Aber der Papa drehte die Dusche wieder ab. Du weißt doch, dass die Pusteln austrocknen müssen, sagte er. Wenn du sie im Wasser aufweichst, bleiben sie dir dreimal so lange. Obwohl es ein sehr warmer Tag war, zog sich der Franz eine lange Hose und ein Hemd mit langen Ärmeln an. Damit man möglichst wenig vom Tiroler Putz sehen konnte. Am liebsten wäre er ja gar nicht aus dem Haus gegangen. Doch der Papa und die Mama sagten, jetzt mach kein Theater, Juckpusteln hindern weder am Gehen noch am Schreiben noch am Denken. Alle Kinder in der Klasse bestaunten den Franz. Den meisten Kindern tal er leid. Bloß ein paar lachten über ihn, aber auch nicht sehr. Nur die Uli, die war wieder blöd. Und sie merkte, dass sich der Franz dauernd kratzte. Und sie sagte, der Franz hat Flöhe und Läuse und Wanzen. Der Eberhard Most nahm den Franz sofort in Schutz. Der Eberhard Most liebt den Franz nämlich. Und dazu ist er noch das größte und stärkste Kind in der Klasse. Aber nein, sagte der Eberhard Most zur Uli. Der Franz hat eine Allergie und die juckt. Siehst du nicht, dass er einen roten Ausschlag hat? Na klar, rief die Uli. Wenn man Flöhe und Läuse und Wanzen hat, bekommt man natürlich davon einen roten Ausschlag. Nein, sagte der Eberhard Most. Der Ausschlag kommt von den Erdbeeren. Na, von den Erdbeeren. Die Uli tippte sich mit dem Zeigefinger auf die Stirn. So ein Blödsinn. Die Grätze hat er. Und die kommt vom Ungeziefer. Nimm das sofort zurück, rief der Eberhard Most. Ich denk nicht dran, schrie die Uli. Und dann rief sie den anderen Kindern zu. Kommt dem Franz nicht zu nahe, sonst kriegt ihr Flöhe und Läuse und Wanzen von ihm. Halt sofort den Mund, brüllte der Eberhard Most. Schaut, er kratzt sich schon wieder, rief die Uli. Sie zeigte auf den Franz. Es ist wirklich nur ein Erdbeerausschlag, piepste der Franz. Lüg nicht, du Flohbeutel, rief die Uli. Ein Läusesack bist, ein Wanzenpinkel. Da knallte ihr der Eberhard Most eine. Und gerade in dem Augenblick kam der Zickzack in die Klasse. Der Zickzack ist der Lehrer von Franz. Eigentlich heißt er Svoboda. Zickzack nennt ihn der Franz, weil er immer so Zickzack kurz und im Kommandoton redet. Setzen, rief der Zickzack. Und zum Eberhard Most sagte er, extra Aufsatz bis morgen. Thema, warum starke, schwache nicht schlagen sollen. Aber bitte ich, protestierte der Eberhard Most, Mund halten, rief der Zickzack, nahm die Kreide und schrieb eine Rechnung an die Tafel. Der Eberhard Most war im Aufsatzschreiben nicht gut und der Franz fand, dass er ihm Hilfe schuldig war. So kam der Eberhard Most am Nachmittag zum Franz. Aber so recht wusste der Franz auch nicht, was da nun zu schreiben war. Er holte den Josef. Und der Josef diktierte, die Uli war sehr gemeinsam um Franz, aber weil sie viel stärker ist als der Franz, konnte sich der Franz gegen sie nicht wehren. Deshalb habe ich das für ihn erledigt. Wenn die Starken nicht eingreifen, wer schützt dann die ganz Schwachen? Ich ersuche sie, mir das zu erklären, damit ich mich daran halten kann. Am nächsten Tag gab der Eberhard Most dem Zickzack den Extraaufsatz. Der Zickzack las ihn gleich. Nachher sagte er zum Eberhard, schwieriges Problem, werde darüber nachdenken. Eine Woche lang wartete der Eberhard Most auf eine Antwort vom Zickzack. Es kam keine. Und dann war die Haut vom Franz ohnehin wieder glatt und pustelfrei und juckte nicht mehr. Da vergaß der Eberhard Most, dass ihm der Zickzack noch eine Antwort schuldig war. Die einzige Krankheit, die der Franz gerecht und gar nicht gemein fand, war der Scharlach. Den bekam nicht er, den bekam der Josef. Aber der Arzt sagte, der Franz könnte sich auch schon mit Scharlach angesteckt haben. Tut mir leid, sagte er zum Franz, für dich gibt es jetzt drei Wochen Hausarrest. Sonst steckst du noch andere Kinder an. Der Franz bekam den Scharlach nicht und die drei Wochen wurden wunderschön. Die Mama nahm sich Urlaub, um den Josef zu pflegen, aber der schlief meistens. So hatte die Mama jede Menge Zeit für den Franz. Zum Spielen und Geschichten erzählen, zum Liedersingen und zum Schmusen und zu überhaupt allem, was der Franz nur wollte. Jetzt fragt der Franz den Josef oft, wann kriegst du denn endlich wieder Scharlach? Hundertmal hat der Josef den Franz schon erklärt, nie mehr. Scharlach kriegt man nur einmal im Leben. Aber der Franz hofft trotzdem, schließlich gibt es ja im Leben auch immer Ausnahmen. Scharlach kriegt man nur im Leben.